Hallo Leute, seht mal, wen ich getroffen habe. Wen stellst du denn da? Ich stelle Rock Lee aus Naruto da in der Female Version. Das ist also die Female Version. Und machst du das schon lange Cosplay, oder? Also ich wollte schon länger machen, aber ich habe es erst dieses Jahr richtig angefangen. Na gut, so sieht es hier also aus. Aber was machst du denn hier gerade? Ich mache gerade Mochi selber. Selber? Also kleine Reiskuchen, die fülle ich gerade mit rote Bodenpaste, süße rote Bodenpaste. Okay. Und die kommen dann hier in die Füllung, die Schälchen und dann verbrauchen die Sachen. Die machen wir alle selber. Vielen Dank. Ich bin hier im japanischen Garten. Sehr schön auf dem Messegelände. Und alles voll mit Cosplayern. Hallo. Okay, was verteilst du denn da? Da waren Cupcakes drauf, die man uns schwer erkennen kann, aber die sind leider alle. Okay.